Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux, mein Pool Wir sind die Kayago AG. Wir stellen seit 15 Jahren den Cibop her. Das ist der schnellste Wasserschnitt in der Welt, komplett elektrisch angetrieben. Unser Unternehmenssitz ist in Deutschland, in Bad Sassouflin. Das ist in der Nähe von Bielefeld. Hier haben wir unser Highlight für die diesjährige Boot Düsseldorf. Das ist der Cibop F5 SR. Unser Topmodell, angetrieben mit 745 Newton Schubkraft. Zwei große Lithium-Ionen-Batterien geben dem Schub für ungefähr 60 Minuten. Top Speed 22 kmh. Ist hier in dieser Variante voll ausgestattet, also mit komplettem Chrom-Paket. Dann haben wir hier noch ein Chrom-Inlay rund um die Ladebuchse, wo der Cibop wieder aufzuladen ist. TFT-Display, wo man die Tauchtiefe einstellen kann. Ich habe verschiedene Piezo-Tasten, über die kann ich die Geschwindigkeit regulieren. Hochschalten, runterschalten. Lasse ich den Griff los, stoppt er sofort. Der Cibop an sich, der schwimmt an der Oberfläche. Wenn ich einmal ins Wasser gehen möchte und unter die Wasseroberfläche tauchen möchte, muss ich ihn nur runterdrücken, Gas geben und ich werde automatisch unter Wasser gezogen. Wir reden hier über ein elektrisch betriebenes Fahrzeug. Ich habe keine Abgase, ich habe keine Emissionen. Er ist geräuscharm, er ist fast lautlos. Von daher hat das keinerlei Auswirkungen auf meine Umwelt oder auf die Unterwassertiere. Im Gegenteil, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wirklich auch Unterwassertiere wie Delfine, wie Unterwasserschildkröten anfangen mit dem Cibop zu spielen unter Wasser. Der Einstiegspreis liegt bei 7.800 Euro. Für unser Topmodell, das ist der 5SR, der ist dann voll ausgestattet, also hat alle Ausstattungsvarianten, die man hinzu buchen kann. Da liegen wir bei 14.565 Euro. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Dijuayot, mein Pool.